da habe ich jetzt aber gerade überhaupt keine lust drauf jetzt ist der schon wieder da diese musik war der qualm der kommt dann auch wieder die musik ist schlimm weil so mikrofone heran holen oh man so es ist aber auch so laut zu atmen kommt Keine Batterie, kein nix. 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 Warum? Wollen wir uns das jetzt auf Englisch gebracht? Lass du es mal sagen, musst du es helfen? Lass dich. Ich werde dir helfen. Ich habe mich, das ist wichtig. Ich habe mich. Ich habe mich, das ist wichtig. Ich habe mich. Ach, hier. Äh, mach doch mal die Tür von draußen zu. Was ist das für ein Helge, ey? Boah, Alter, was ist das für ein Versuchslabor, oder was? Der verfolgt uns jetzt nicht mehr. Scheiße, ich weiß, wo wir sind. Das ist ja gerade so eine Massakerhöhle, ja? Okay. Yes! Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Ui, das war knapp. Alter, war gut gemacht. Boah, ich hätte jetzt keinen Bock auf so einen Massaker von dem. Nee, geht gar nicht. Ja, 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 ja. Aber ich, irgendwie, äh... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wenn wir mit dem noch nicht fertig wären, wenn wir auf den nochmal stoßen würden. Die Batterien sind grausam. Hier sind wieder Spitte zum Verstecken. Hm? Hm? Okay, ich war mir, ich bin mir ganz sicher, dass wir mit dem noch nicht fertig sind. So wie er schon wieder am Atmen ist. Wieso ich hier mit der raushängenden Zunge, ey? Und dann... Äh, wie bin ich denn hier gerade rein? Ah! Mann! Geh mal weg! Warte, das fleißen wir hier! Wau, 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 wau! Halt! Ja! Aufhören! Du bleibst da... und kook! Was? Wau, 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 wau! Wau, 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 wau! Wau, 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 wau! Wau, 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 wau! Wau, 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 wau! Nein, nein! Du warst mir! Nein! Definitiv nicht, Alter! Okay, wir schauen jetzt hier vorne nach. Oh! Scheiß Flieger! Hau ab, Mann! Du Beschüsse! Geht's jetzt da hinten? Warte, mach, okay! Moment! Kann sogar hier hoch! Nein! Was zum... läuft hier denn? Okay! Sollten wir vielleicht jetzt gerade nicht lang laufen? Komm mal! Aber wir könnten hier hoch... Okay! Alles klar! Haha! Exit! Oh! Pater Martin ist auch wieder hier! Und diese Church! Churchill! Nee, das war hier mit anderen! Entschuldigung! Ja! Wir müssen da hinten lang! Ach her je! Ja! Okay! Ach, hier ist die Tür! Batterie! Sehr schön! Wollen wir wieder drei! Also beim Durchschnitt von drei! Also wenn wir jetzt noch die Batterie von Outlast Sets hätten, hätten wir definitiv ausreichend! Alles so säulig! Ich dachte... Irgendwo das... Okay! Das ist heiß! Ich dachte nur, dass wir dadurch irgendwie... Ich dachte nur, dass wir dadurch irgendwie... Ja! Ich dachte nur, dass wir dadurch irgendwie... Ja! Komm mal wieder klar! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Wir müssen da hoch! Habe ich das Gefühl! Probieren wir mal aus! Weil ich habe nicht irgendwie... Jetzt, dass wir hier irgendwo lang kommen! Ja, da ist die Kette voll! Wir versuchen mal die Treppe rauf! Ich bin gespannt, wo es da lang geht! Ja, 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 ja! Okay! Alles klar! Ich wollte jetzt so nicht zur Rand, aber was wir uns hochziehen können, ist auch schon mal nicht schlecht! Vor uns wird die Füße verbrennen! Warte mal, ich glaube, jetzt hier hoch! Jo! Oh, hier hoch! Okay, alles klar! Und jetzt? Da lang! Hier lang! Und dann da hinten rüber! Der Eisenträger dürfte eigentlich halten! Könnte ja nicht verbrennen! Nee! Da kommt er! Oh! 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 oben da wird man ganz unwohl wenn ich da runter muss das wäre eine batterie kann man so nicht aussammeln hat auch schon versucht andere durchzubrechen wahrscheinlich so riesen bummbratte oder so zitiere star wars wo lang jetzt ok dabei jetzt die batterie jetzt langsam weil ich nicht weiß was noch kommt jetzt hier kann man schneller laufen da hat er dann schon wieder lang das ist unglaublich das darf doch wohl nicht wahr sein kommt er hinten in gute frage nächste frage mal kurz hatten er kann also sehr schnell ran hier mit seiner kettensäge nicht hinterher setz auf jetzt ist hier das licht aus schicken da war ich da ja auch schon auseinander genommen Wo kommt der denn schon wieder weg? Ja, hier rüber. Garstliches Elmweib. Garstliches Elmweib. Hinter mir ist offen. Uiuiuiuiui. Speichert, okay. Jetzt siehst du es. Jetzt. Lass ihn leben, Mann. Lass ihn leben. See me now. Just try. What do you see? Who am I? Idiot. There. Now you see. Now. Okay, wie lange geht das so weiter? Wie lange geht das so weiter? Wer bin ich, Idiot? Die ganze Kamera. Ja. Okay, ähm. Oh, hier ist offen. Hier ist verriegelt, verrappelt. Äh, ist zu. Okay. Wie das? Ah, was ist hier? Ah. Jetzt haben wir die Batterie auch. Aber wo geht es jetzt lang? Ah. Da sind wir reingekommen. Boah.